Es wäre auch möglich, dass die Hochelfen das auch haben. Das wissen wir, glaube ich, nicht. Gut gemacht. Bis jetzt. Doch die wahre Prüfung steht euch noch bevor. Ha. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr wohl aufkreuzt. Ich bin hier, damit ihr eure Arbeit macht, kleiner Mensch. Nicht, um sie euch abzunehmen. Ich komme auch allein zum Sonnenbrunnen, Schreckenslord. Lasst euch warnen. Das ist ein Quell mystischer Energie, der den Elfen ihre unsterbliche Macht verleiht. Sie werden ihn nicht so einfach preisgeben. Ob er wohl vermutet, dass ihr mich unterstützt, Totenbeschwörer? Ich bin sicher, er vermutet eine Menge. Es liegt ihm im Blut, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Doch nun wappnet euch. Die Stunde meiner Wiedergeburt rückt näher. Dann let's go. So, dann machen wir ihn direkt erstmal auf 1. Jetzt müssen wir da oben hin. Wir gehen mal scowen. Wer kann ich denn hier raus scrollen, ey? Du hast ja eine recht große Übersicht, ey. Was ist das diesmal? Ja, genau. Das ist das Problem, ja. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Angesichtsgeschwindigkeit von Gunn und ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Schwarze Zitter, der wäre auch nicht verkehrt. Vorsicht. Das ist schon besser. Zigaretz hat immer für den Vergleichsbauen. Habt ihr uns vergessen, ihr Schurken? Was ist hartnäckig? Erinnert mich an euch, Todesritter. Schweigt elender fest. Es ist hier einfach level 6? Was ist hier kaputt? Und zwar schon niemand, der schlossen mir Befehle. Hä? Frostgram hat Hunger. Haut einfach wieder ab. Lord Arthas, die widerspenstige Elfe wird versuchen, Verstärkung zu rufen. Dann haltet nach ihren Booten Ausschau. Niemand darf durch. Dann gehen wir weiter Holz hacken hier. So, lass ich mal schauen. Dann müssen wir gleich gucken. Also Holz brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Hab ich irgendwo... Gule, da. Also Holz brauchen wir auf jeden Fall. Das ist die Dorfbewohner. Was ist hier unten? Sprecht, Dummkopf. Ich glaube, wir müssen gleich noch die Gule bekommen, oder nicht? War da nicht irgendwie was, dass wir die Gule oder so bekommen? Ach, Gule hört die Gargoyle. Das wird die bekommen. Lord Arthas, Silvanus hat einen Boten nach Silbermond geschickt. Die Elfen werden sicherlich mehr Truppen entsenden. Ja, lass uns erst mal hier gucken. Ne, hier unten komme ich, komme ich hier unten überprüch. Endlich. Was dauert alles so lange, bis das ausgebaut ist, ey. Gargoyles müssen wir jetzt bekommen. Sag ich doch. Die Gargoyles, die wir aus Nordend mitgebracht haben, könnten hier nützlich sein. Die Bestien sind in der Lage, ihre Booten auf der Hauptstraße zu entdecken. Die packen wir mal direkt unter eins. Das ist es diesmal. So. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Wenn die direkt erstmal ausspülen, ist das hier ein Purm? Das geilste, was wir immer noch machen können, ist quasi, ey. Ja, auch mit dem Scheiß hier. Hier geht man da raus. Ja, nein, 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 das ist das Turm. Da gehen wir mal schön weg. Gehen wir mal schön weg. Unsere Streitkräfte werden ausgegriffen. Sprecht, Dummkopf. Wir bekommen eine Rune der Heilung. Vorsicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ich muss aufpassen, dass ich meine Gargoyles nicht verliere. Nein, ey, hält auf mit dem Scheiß. Geh wieder weg. Geh wieder weg. Sonst darf ich das da angreifen. Maschine jetzt von zwei Seiten rein. So, ob uns das was bringt. Wo die so ein bisschen ablenken. So, wo habe ich die denn hier? Gargoyles. Die nehmen wir auf jeden Fall. Wir müssen da gleich auf jeden Fall noch bauen. Und wir müssen noch upgraden. Und die machen mir meine Gargoyles kaputt. Ja, auch mit dem Scheiß. Ich brauche die noch. Ja, ich glaube, das sind die auch gerade ganz anders. Eure Pein wird ohne gleichen sein. Und so, weil wir haben auch noch keine Abbritze, sondern die Gargoyles. Sprecht, Dummkopf. Das ändert sich sobald die ersten Abbritze drin, also dann halt auch wesentlich mehr aus. Und jetzt kommt die auch noch und nervt. Was sollten wir normalerweise dahinten eigentlich hinkriegen? Mein Leben führen wir aus. Was ist es diesmal? Feier, Verräter. Was ist es Schattens, Begehr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Für den Lichtkönig. Jetzt werdet ihr leiden. Euer Befehl, Meister. Noch ein paar Zigurats zu bauen. Euer Wille geschehe. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich komme gerade so schnell nicht hinterher. Und wir brauchen noch eine zweite Gruft am besten. Gruft, 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 Gruft. Gruft, Schwören, da. Ich gehorche mit Freuden. Was ist es diesmal? Die machen wir auch mal mit rein. Niemand erteilt mir Befehl. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Endlich. Ach, voll, den Scheiter halt halt. Er ist jetzt kaputt. Endlich. Ohne ein paar Fleischwaren. Ich beuge mich eurem Willen. Äh. Schlachthaus. Was? Ja, Meister. Nein! Boah, ich hasse dieses Spiel langsam. Schon wieder abgestürzt. Ey, das hatte ich damals zum Release, hatte ich das Problem nicht, dass das Spiel so häufig abgeschmiert ist. Wahnsinn, wie auf das Spiel einfach abschmiert. So, ich hasse. Ich hatte schon mal Star Wars Swam und sah mal, guck mal, ob das besser läuft. Ach nee, hab ich eigentlich, warte, hab ich gespeichert? Lass mich mal gucken. Kann ich immer meinen Spielstand laden? Spiel laden. Nee, hat er natürlich nicht gespeichert, ne? Ach, leck mich doch. Jetzt kann ich das nur mal von vorne machen. Ach, Mann. Ich speichere gleich direkt. Aber wir bleiben direkt diesmal da stehen. Wir laufen jetzt nicht weg. Rauskrollen, erstmal. Frostgram hat nicht zu weit rauskrollen. So, dann machen wir auf jeden Fall noch ein paar Ziggurats. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Mein Schicksal ist besiegelt. Wolle ich auch noch ein hin. Dann machen wir ein paar Einheiten am besten. Das ist mir Gold erforderlich. Ich muss erst mal warten. Nee, hätten mir Befehle. Habt ihr uns vergessen, ihr Schurken? Sie ist hartnäckig. Erinnert mich an euch, Todesritter. Schweigt, elender Geist. Was ist es, Lord Arthas? Die widerspenstige Elfe wird versuchen, Verstärkung zu rufen. Dann haltet nach ihren Booten Ausschau. Niemand darf durch. Forschung abgeschlossen. Ja, wir müssen das gleich erstmal einhalten. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, pass auf. Ich brauche da noch das Schlaghaus. Und wir brauchen dann auf jeden Fall noch eine Gruft. Die wäre auch nicht verkehrt. Und dann kannst du direkt wieder rübergehen. Unsere Ziggurats müssen wir auch ausbilden. Vorsicht. Lord Arthas. Sylvanas hat einen Boten nach Silbermond geschickt. Die Elfen werden sicherlich mehr Truppen entsenden. Sprecht, Dummkopf. Jetzt müsste gleich das mit dem Kuhlen auftauchen. Äh, mit dem Gargoyle wieder auftauchen. Oso, warte mal, bevor ich jetzt weiter mache. Ich speichere jetzt mal eben. Eins. So. Was ist es diesmal? Das kann ich direkt skippen, weil das haben wir ja gerade schon gehabt. Deswegen lasse ich das einfach mal. So, die mache ich direkt auf zwei. Ausbau abgeschlossen. So, jetzt haben wir die Gargoyles. Die brauche ich erst die schwarze Zitadelle für. Das heißt, ich habe nicht gedacht. Ja, ja, ja. Was ihr soll verlangt. Brauche ich mehr Kuhle. Brauche ich mehr Kuhle. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Sprecht, Dummkopf. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Äh, ah, endlich. Endlich. Voll ah, das kommt nicht mal durch. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Also, Rune der Heilung. Jetzt gehen wir direkt runter zu den Leuten, weil der Held ist gerade tot. Ausbau abgeschlossen. Das ist mehr Gold, der Früchte, Dummkopf. Frostgram hat Hunger. Endlich. Frostgram hat Hunger. So, Agraff. Das ist schon besser. Ja. Ja. Neh, ich erteil mir Befehl. Vorsicht. keine ahnung habe ich nicht so drauf geachtet niemand darf die unsere streichkräfte werden angegriffen vorsicht und läufige haben unsere verteidigung gespürzt sind sogar noch wert für mehr niemand erteilt mir befehle pein wird ohnegleichen sein unsere streichkräfte werden angegriffen spricht dummkopf ja du bleib mal hier noch nicht überlaufen ich beuge mich eurem will wir müssen wir hier ein paar sachen ab besser das ding läuft ja schon war ich den friedhof rufbisschen und gar nicht alles durch haben ja und dass man die menschen kaputtiert hat hunger für die türmeer geschlossen euer befehl meister wir brauchen noch es ist mehr gold erforderlich nicht unsere streichkräfte werden angegriffen was ist es diesmal endlich niemand erteilt nortarthas silvanas hat einen boten nach silbermond geschickt was ist es diesmal was ist es diesmal was ist es diesmal ich muss mich die abgäste durch die abgäste durch prägen wir haben angegriffen mein leben für nersul ja vorsichter wir haben wir haben nie wir haben wir haben es ist es es ist es wir haben wir haben wir haben unsere die 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 mein leben forschung so geschlossen und da wir sehen das erste ist noch mal zwei forschungs sachen aber ich möchte genommen vereinhalten wenn die verdammten stehen bereit es ist mehr gold erfordern niemand erteilt mir befehle sprecht vorsicht sprecht dummkopf was ist es diesmal und gläubige haben unsere verteidigung niemand erteilt mir befehle forschung abgeschlossen die beschwörung ist abgeschlecht urgenlich eurem willen forschung aber schon ein blutvergossen werden du machen wir hier goldminefekt mein gläser erteilt mir befehle ich wünsche nur zu dienen und ich kann jetzt repariert ey was ist es diesmal jetzt werdet ihr leiden endlose peinemal meister es ist mehr gold erforderlich vorsicht mein leben führen ja so ich spreche dummkopf was ist es diesmal vorsicht das ist schon besser ausgeschlossen das juckt in der nase es ist so ekelhaft was ich gerade gar nicht wie ich darüber komme dass das hier rüber ist niemand erteilt mir befehle frost kram hat hunger sprecht dummkopf ah endlich die beschwörung ist abgeschlossen ich wünsche nur zu dienen was ist es diesmal frost kram hat hunger ich bewundere eure tapferkeit elfe aber die jagd ist vorbei dann stelle ich mich hier meinem letzten kampfmonster mir befehle bringt es zu ende ich verdiene einen sauberen tod nach allem was ihr mir angetan habt elfe werde ich euch niemals den frieden des todes gönnen nein das wagt ihr nicht da ist hier eine banshee die forschung abgeschlossen wurde ich gerufen vorsicht er hat mich gerufen was ist es diesmal ja niemand erteilt mir befehle ach so ja ja vorsicht rum der kreise was ich tun ach so ja ja schreckt dummkopf du hast mich rückgebracht was ist es diesmal unsere schreikräfte werden angegriffen niemand erteilt mir befehle ihr habt mich gerufen vorsicht hallo sprecht dummkopf warum wurde ich gerufen vorsicht feige verrennt was muss ich tun endlich was ist es diesmal was ist es dann das nicht ist das nicht wenn ich das nicht der kreise das nicht das nicht so die die Was ist es diesmal? Was willst du tun? Sprecht, Dummkopf. Wir haben mich gerufen. Eure Seele soll brennen. Ich muss gerufen. Warum wurde ich gerufen? Vorsicht! Ich habe keine Ahnung, wie Twitcher was berichten, aber da mir das auch egal ist, weil ich bereits erfolge habe, ist es interessiert mich, dass wir auch nicht mit den Zuschauen. Auch Leute, die lurken ganz gerne, mache ich bei vielen anderen auch so, wo ich dann mal zwischendurch reingucke, dann werde ich die auch einfach im Hintergrund laufen. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Wenn es sein muss. Was, ihr wolle? Vorsicht! Sprecht, Dummkopf! Was, wir werden angegriffen? Was? Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Der Schnurrbart juckt gerade, das ist etwas unangenehm. Endlich. Endlich. Ich glaube, bis die da sind, ist das Ding auch. Die Mikropole kann nämlich noch nicht zurückschießen, ist das Problem. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist auch eigentlich egal, wenn die fällt? Ich muss noch erst mal ein Schnurrbart schneiden, das ist ekelhaft. Und jetzt gibt die Nase auch noch. Endlich. Allergie wieder. Frostgram hat Hunger. Allerlie, was müssen wir machen? Wir werden angegriffen. Wo soll mein Blut vergoßen werden? Was muss ich tun? Wieder zurücklaufen. Vorsicht. Frostgram hat Hunger. Das ist schon besser. Endlich. Ah, endlich. Endlose Pein erwartet euch. Niemand erteilt mir Befehle. Für den Lichtkönig. Eure Pein wird ohne gleichen sein. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Darum wurde ich berufen. Sprecht, Dummkopf. Jetzt werdet ihr leiden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht. Ihr habt nicht gerufen. Hallo. Niemand erteilt mir Befehle. Eure Seele soll brennen. Vorsicht. Sterbt. Wenn das euer Wunsch ist. Niemand erteilt mir Befehle. Wie lange war das Ding denn hier noch? Und sie haben einen Krozen. Trotz ein Querrände. Endlich. Was muss ich tun? Müssen wir noch ein paar Gargels machen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, ich weiß. Ich müsste auch noch drei Leute hier reinpacken. Niemand erteilt mir Befehle. Auch jetzt komme ich durch. Was ist es diesmal? Wird auch nicht? Ah, ehrlich. Jetzt, Forstgram. Nice. Hätte ich auch gerne so eine Brücke. Und da hast du keinen Satz drauf tun. Es geht die Brücke wieder kaputt. Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Warum wurde ich gerufen? Nicht noch ein paar Einheiten? Oder kommen die gerade nicht hinterher? Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Jetzt, Forstgram. Was ist es diesmal? Forstgram hat Hunger. Verdammt. Und den Bad. Forst. Was ist es diesmal? Ihr habt mich zurückgebracht. Niemand erteilt mir Befehle. Bürger von Silbermond. Ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben. Doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Der Tod selbst kommt und fordert das hohe Heim der Elfen. Nun steht auf, Kel'Thuzad und dient erneut dem Lichtkönig. Ich bin wiedergeboren. Wie versprochen hat der Lichtkönig mir ewiges Leben gewährt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, Lich. Seid ihr nun bereit, mir von den Schreckenslords zu berichten? Ja, aber nicht hier. Sie haben überall Augen und Ohren. Wir reden an einem sicheren Ort.